Tuanku Muhibuddin Aslan Sheibni Al Mahom Yusuf Esuddin Sheegha Farullah Hu LAHGC BKSTJ war von 1984 bis zu seinem Tod Sultan von Perak und vom 26. April 1989 bis zum 25. April 1994 als Yang Diepert Schulen Agong König von Malaysia Leben. Nach dem Schulbesuch in Malaysia studierte er Rechtswissenschaften an der University of Nottingham und erhielt 1954 die Zulassung zum Rechtsanwalt in London. Nach der Rückkehr nach Malaysia wurde er Richter und zuletzt Lord President des obersten Gerichtshofes. 1984 wurde er als Nachfolger seines Verwandten Idris Shee der Zweite Sultan von Perak. Am 2. März 1989 wurde er vom neunköpfigen Sultansrat zum Yang Diepert Schulen Agong gewählt und damit zum Nachfolger von Mahmoud Iskandar Ismail, dem Sultan von Johor als König von Malaysia. Am 26. April 1989 trat er das Amt offiziell an und wurde damit zum neunten König Malaysias seit der Souveränität vom Vereinigten Königreich am 31. August 1957. Am 26. April 1994 folgte ihm Tuanku Jaffa, der Herrscher von Negeri Sembilan, als König Malaysias. Neben seiner Tätigkeit als Herrscher von Perak war Sultan Aslansch er auch Kanzler der Universität Malaya in Kuala Lumpur und Präsident der Asian Hockey Federation. Nach ihm wurde ferner der Sultan Aslansch er Cup ein Turnier für Hockey-Nationalmannschaften der Herren sowie der Flughafen Sultan Aslansch er NIPOH benannt.